Mr. Green is back! Yo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Yane, mit einem neuen Let's Play World of Tanks und einem neuen Intro! Oh! Der Panzer, die Su-85b, dann habe ich noch den Panzerkampfwagen 4, und ja, was gibt's Neues? Ich habe mir so überlegt, ich hole meinen neuen Premium Panzer, der Stufe 8, entweder hole ich mir den T-34, wegen seiner geilen Kanone, oder den IS-6, wegen seiner coolen Abprallrate, wegen seiner coolen Form, aber leider hat der IS-6 eine sehr ungenaue Kanone, und deswegen habe ich mich für den T-34 entschieden, da der T-34 eine Genauigkeit hat von 0,35. Und ich würde sagen, fahren wir mal mit der Su-85b, da habe ich auch schon fast alles erforscht, schon eine neue Gun, bin mir ganz zufrieden mit der. Und, neuer Motor, alles schon noch voll erforscht, ich würde sagen, legen wir los. Wie ihr seht, das Intro habe ich auch schon etwas länger gehabt, nur, ich habe es auf dem anderen, oh, wir spielen auf der neuen Karte, Heiliges Tal. Ja, ich habe nur so in letzter Zeit, hatte ich ja eine kurze Pause, ich habe nämlich in letzter Zeit ein bisschen versucht, mich zu bessern, das ist jetzt ein älteres Letztplay. Und, ja, ich habe mir ein paar Tutorials angeguckt, wie ich den Commentary ein bisschen unterhaltsamer mache. Und, ich muss ja noch ein neues Clan, ja, kein neues Clan, sondern einen neuen YouTube-Hintergrund machen. Neues Hintergrundbild, weil der Skin von Minecraft ist nicht mehr ganz so interessant. Und noch halt, noch ein paar neue Sachen. Vielleicht werde ich auch ein paar neue World of Tanks-Videos machen, um zum Beispiel halt die Weak-Spots von Panzern aufklären, aber das macht euch wieder anders, aber kann ich auch noch machen. Ich würde sagen, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel. Und wir fahren in Lark-Jagd-Panzer, also heißt es erstmal ein bisschen abwarten. Das wird jetzt ein längeres Letztplay. Ich werde auch wieder Musik unterpacken. Ich hoffe, mal sehen, ich verhält euch. Und natürlich, da wegen Willow. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier durch die Stadt, drive durch die Stadt, drive durch die Stadt. Hier. Okay. Ich kann auch ein paar Kommentare, auf jeden Fall, bald mal beantworten, wenn ihr Lust habt. Schreibt mir einfach was in die Kommentare. Oder ihr könnt euch, schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare. Und ich beantworte es euch in der nächsten Folge von World of Tanks. Meine neue Ausgabe. Und ich würde sagen, bald endet auch diese Staffel hier. Und... Dann beginnt die neue Staffel. Dann beginnt die neue Staffel. Die nennen ich Jagdpanzer wahrscheinlich. Oder irgendwas. Zum Beispiel leichte Panzer. Das wird in der Staffel, wo ich hier nur leichte Panzer vorgehe. Und... 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 Der kleine Kackarsch hier. Ja, okay. Der hatte Glück. Kein Dank Glücks. Aber ich bin hier schon wieder... Ich hasse momentan Tier 4. Weil nur Jagdpanzer und Matilda hier unterwegs sind. Und Hetzer natürlich. Jagdpanzer und Mat... Ja... Äh... Hetzer und Matilda. Sind hier unterwegs. Sehr, sehr viele Artillerie. Was ich auch nicht so gut finde. Und die Karte... Hab ich jetzt... Spiele ich gerade zum dritten Mal. Also ich bin noch nicht so erfahren. Auf dieser Karte. Ich... Meiner Meinung. Ich finde hier auch nicht ganz so gut. Für den Jagdpanzer kann man hier kaum irgendwie... Sich hinhocken. Das ist doch wieder auch wieder geil. Dass man halt nicht als... Kleiner... Aufheber hat man hier als Scout... Sehr, sehr viele Vorteile. Wegen den ganz vielen Städten hier. Trifft man sehr, sehr selten auf Jagdpanzer. Na gut. Die kann man hier auch ganz gut austricksen. Zum Beispiel auf dem Punkt, wo ich hier gerade steht. Da muss man mal noch... Tannits hinstehen. Die stehen ist für geil. Oh. Da vorne fährt doch noch der erste. Das ist... Tatz, Tatz, Tatz. Das ist eine auch. Oh. Das ist sogar mein Panzer. Nur... Ein anderer Spieler fährt ihn. Bäh, weg ihn. Weg, weg. Das war noch meiner. Da gibt es auch noch von... Nooo. Ich kriege hier nichts. Das Gesicht fällt ja, glaube ich, richtig scheiße. Ah, hier ist gut. Hier bleibt das nächste bestehen. Oder? Ich war ja immer noch planlos rum. Wir sind am Gewinn. Ich hab nichts getan. Das ist eigentlich kacke, die Folge. Da weiß man ja ein bisschen... Da ist mein Fahrzeug. Oh, er hat sogar, glaube ich... Andere Gundro... Andere Gundro... So, ich muss mich konzentrieren. Ja... Oh nein, das hätte mein King sein können. Ich kriege hier wieder einen Anfall. Alle Schuss... Ich glaube... Sech... Fünf Schuss, oder ne... Ne. Ein paar Schuss. Na gut, ein paar Schuss hab ich jetzt. Matilda. Ja. Die hab ich ausgeschaltet. Das... Nein! M7 Priest. One shot killed me. Ja, das war scheiße. Wir gehen wieder in die Garage zurück. Ja. Das ist jetzt endet wieder die Folge. Das ist, glaube ich, Folge... 27. Ich bin mir nicht sicher. Und wir sehen uns in der nächsten. Ciao.